Wie spielt man Mr. P in Showdown? Wichtig ist den Brawler kennen. Mr. P ist ein Distanzkämpfer und er kann über Mauern werfen. Wählt immer die erste Star Power für Showdown. Vorsicht, zerbrechlich. Längere Lebensdauer für den Turm bringt ja gar nichts. Benutzt die Mauern. Mr. P kann über Mauern werfen. Gegner können sich nicht hinter Mauern verstecken. Mr. P trifft sie trotzdem. Benutzt den Turm, wenn ihr angegriffen werdet, um den Gegner abzulenken und seine Schüsse zu blockieren. Benutzt den Turm, um Gegner aufzuspüren. Vor allem gegen den Schluss, wenn nur noch 2-3 Brawler übrig sind. Aber wie immer vorsichtig und defensiv spielen. Den direkten Kampf vermeiden und aus der Distanz stören und die Gegner ineinander treiben. So gewinnt man mit Mr. P.